Hey ihr Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht es auch sehr gut und seid hoffentlich auch alle bei bester Gesundheit. Ja ihr Lieben, da bin ich wieder. Nach einer echt langen Zeit, muss ich sagen. Also Leute, ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht, dass sich das so lange ziehen wird. Zwei Jahre sind es fast her, habe ich vorhin geguckt. Wahnsinn! Bei meiner letzten Ramadan-Reihe ist es stehen geblieben, die vorletztes Jahr war. Genau. Und ja, warum war ich denn weg? Weil so war ich so inaktiv. Was war los? Lebe ich noch? Ja Leute, wie ihr seht, lebe ich noch. Mir geht es auch sehr gut. Die Leute, die mir zumindest auf Instagram folgen, haben es ja mitbekommen. Also die wissen, letztes Jahr habe ich ein Baby bekommen und ja, dementsprechend, wie ihr seht, habe ich die Babypause genossen. Also ich genieße sie bis heute noch. Ja und vorher musste ich einfach kürzer treten, weil es ja aus gesundheitlichen Gründen, leider ist die Schwangerschaft nicht so optimal verlaufen. Von daher musste ich einmal pausieren und ja, keine Videos mehr drehen. Das konnte ich einfach nicht, weil es war einfach nicht machbar. Und ihr wisst ja, wie zeitintensiv sowas ist. Ja, insofern, ja, das waren, sind so die beiden Hauptgründe, wieso ich jetzt so lange inaktiv war. Und heute bringe ich euch super Neuigkeiten. Ein bisschen, jetzt muss eigentlich hier diese Trommelwirbel rein, ne? Genau. Also Leute, hiermit verkünde ich meine diesjährige Ramadan-Reihe. Also Ende dieser Woche geht es los. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und schaltet fleißig ein. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich, wirklich vom ganzen Herzen an den treuen Zuschauer bedanken. Wirklich, also zwei Jahre Inaktivität und dennoch immer noch dabei. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eure Treue. Und ja, ich hoffe, es geht jetzt weiter. Es wird jetzt weitergehen. Es kommen super Rezepte, werden euch super Rezepte erwarten. Und ich freue mich, wie gesagt, einfach riesig. Es ist eine besondere Zeit. Alle lieben diesen Monat. Und ja, schaltet ein, seid dabei. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Und bis bald. Ciao.